Das ist Sabine. Sabine hat durch einen Unfall ihr Gehör verloren. Sie will möglichst schnell ein Cochlea-Implantat erhalten, um bald wieder hören zu können. Allerdings muss Sabine damit rechnen, dass sie aufgrund ihres Unfalls regelmäßig ins MRT muss. Das Magnetfeld eines MRT und der Magnet im Implantat beeinflussen sich gegenseitig. Mögliche Beschwerden bei Sabine sind die Folge. Deshalb muss Sabine in einer Operation der Magnet entnommen werden und nach der MRT-Untersuchung wieder in einer OP eingesetzt werden. Nach der Operation sorgt eine Hautschwellung dafür, dass Sabine das System ein paar Tage lang nicht nutzen und vor allem nicht hören kann. So wie Sabine muss jeder von uns damit rechnen, einmal in seinem Leben eine MRT-Untersuchung zu benötigen. Deshalb haben die Forscher von MEETL das neue Synchrony Cochlea-Implantat entwickelt. Ein in einer Kapsel beweglich gelagerter Implantatmagnet richtet sich nach dem Magnetfeld des MRTs aus. Dadurch werden unangenehme Kraftwirkungen und Nebeneffekte vermieden. So kann der Magnet selbst in modernsten 3-Tesla-starken MRTs im Kopf bleiben und der Patient kann beschwerdefrei untersucht werden. Selbstverständlich ist das Synchrony Cochlea-Implantat auch für Kinder geeignet. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder über unsere kostenfreie Hotline. Im fathers Navigation Umsetzel in der MEETL in der MEETL in der MEETL in der MEETL